Yo, Leute, was geht? Ich wollte kurz, nur, ich wollte Level 3 kurz spielen. Also, also einfach nur zum Test. Vielleicht erstmal noch Level 4 geschafft. Und zwar heute. Mal, jetzt versuchen wir kurz Level 3. Yo, ich wollte euch nur zeigen, wie Level 3 aussieht eigentlich. Tö, 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 ich bin ein Inverfälder. Ich meine, ich kann 14 Minuten nur so aufnehmen, aber wir werden das dann noch nicht schaffen. Ich weiß nicht, das ist echt schwerer als 5, 4. Ich sage das euch. Tö, 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 okay, Leute. Yo. Hallo, ich bin ein Würfel, der über alle Zacken spielt. Das ist ein Gott. Ich bin ein Würfel, der über alle fucking Zacken pinken. Ich bin ein Würfel, der über alle Zacken springen muss. Das ist fuck. Ich bin ein Würfel, der über alle Zacken springen muss. Fucking shit. Ich bin ein Würfel, der über alle Zacken springen muss. Level 3, Leute, ist schwer. Wir müssen irgendwann Level 3 schaffen. Es muss doch unmöglich sein. Das ist mein Arschloch. Mein Gott, ich bin wieder zurück. Motherfucker, komm her, ich mag die Musik. Die Musik ist so ver-fucking-fucking-fucking-fucking-cool. Das ist mein Spruch der Woche. Das ist nur ein Spiel. Nämlich, diese Spiele gibt null Sinn für mich. Spaß, das war doch nur ein fucking Spaß. Das ist nämlich nur ein Spaß. Fuck. Whoa, 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 whoa. Ey, Party, motherfucker. Ey, komm her. Ich bin ein Würfel, der über alle Zacken springen muss. Das ist für mich so anstrengend wie Großbrüder. Fucking fuck. Motherfucker, los geht's mit dieser gelben Stelle. Wir sind wieder im scheiß Himmel. Okay, Leute. Mein Gott, ey, 17 Versuche, weil ich... Ich hab so... Ich will so... Ich wollte sowieso. Okay, Leute. Ich spiel's einfach nicht richtig, okay? Ich spiel's nicht richtig. Let's go, wir starten in diesen gelben Mann. Ey, das ist so anstrengend. Dieses Level ist so anstrengend wie Großbrüder. Das ist ziemlich schommisch. Ich war gleich aber, ich bin mit ziemlich... Das ist packen können. Das ist übel, das ist übel, das ist übel. Lass mich, ich muss mich konzentrieren wegen diesem Scheißlevel. Yes! Äh, fuck. Ist die Polen überhaupt da? Nee, der kommt gleich. Ja, also! Wieso soll ich denn fucking rüber gehen? Wie weit gollern kommt. Du geistige Mutter! Pass auf das Teil, Anna. Ich pass niemals auf. Und jetzt, du Arsch, was kaufst du? Ich hab nur... Okay, Leute, letzter Versuch. Hm, also, äh... Ich wollte euch nur Level 3 ein bisschen zeigen, aber ihr seht schon, wie scheiße, fucking schwer und unfassig das Level ist. Und ich meine, ich hab keinen Bock auf mein Scheißlebe, okay? Also, Leute, noch einmal. Also, ich will weitermachen, Mann. Es ist... What the fucking bitch! Das ist alles, alles möglich wie meiner Scheißlebe, fucking hell, Leute. Das ist das mit mir heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ja... Also, Leute, ich wollte doch das Video nicht beenden. Oh fuck who? Gott. Ich wollte noch eine Runde nur noch machen. Nein, nicht aus Deutschland. On top of the world. Okay, okay, okay. What the fuck? Soll das hier mal fucking gehen? Oh, what the fuck is happening? Help. What the fuck? Ich will nicht, dass du die teilst. Ich schwör dir, ich bringe Ficke deine Mutter. Okay, Leute. Oh mein Gott! Ich bin erst gespawst. Das sind schon so viele... Leute. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Wer kann mich essen? Dieser Typ! Holy shit! Ah, mein Gott, der kann sich teilen. Äh, ich bin tot oder? Oh mein Gott! Yo, yo, yo. Fuck! Fick dich, du deine Mutter! So, Leute, das ist das mit dem heutigen Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like.